Ich bin Ezra Kims und arbeite schon mein ganzes Leben lang als Servicetechniker. Jeden Tag gibt es neue und spannende Herausforderungen. Und es gibt mir ein Erfolgsgefühl, wenn ich ein Problem finden und lösen kann. Und noch größer ist dieses Gefühl, wenn du weißt, dass dieses Problem durch deine Arbeit nicht mehr auftreten wird. Das macht den Job so interessant. Das ganze System ist ständig mit Computern vernetzt, die es steuern und überwachen. Es ist wie ein Werkzeug. Der Zimmermann hat einen Hammer und wir eben oft einen Laptop. Das System ist so organisiert, dass man als Einzelner nicht alles steuern muss. Das wäre unmöglich. Wir kennen die verschiedenen Anforderungen des Systems sehr gut und haben kompetente Mitarbeiter, die Neueinsteiger gezielt trainieren. So lernen wir, wer welche individuellen Talente hat. Wenn wir im Ausland arbeiten, knüpfen wir sehr schnell und persönlich Kontakte zu den Technikern vor Ort. Und genau dieser Austausch ist es, der solche Aufenthalte so wertvoll macht. Natürlich gehört auch Training on the Job dazu. Die Vielseitigkeit macht unser Geschäft aus. Kein Tag leicht im Anderen. Warum es mir bei Vitron gefällt. Es ist ein Familienunternehmen mit langfristiger Strategie. Immer neuen Technologien und Innovationen. Das sind nur einige von vielen Gründen für Vitron zu arbeiten. Mit Vitron Mit Vitron Begit